Hi, hier ist wieder Chris und in diesem super kurzen Tutorial zeige ich euch, wie ihr in LibreOffice Calc die Anzahl der verstrichenen Tage bis zum heutigen Datum ganz leicht ermitteln könnt. Das geht wirklich super einfach. Nehmen wir mal an, ich habe hier ein Datum und ich schreibe einfach mal hier den 01.01.2016. Dadurch, dass ihr die zwei Punkte eingegeben habt, kennt LibreOffice Calc natürlich, dass es sich um ein Datum handelt und formatiert das ein bisschen um. Ihr seht, 01.01.2016, ein bisschen anders geschrieben, aber das Format lässt sich natürlich komplett ändern. Hier in dieser Zelle schreibe ich jetzt sozusagen das Datum vom heutigen Tag und da mache ich mir das natürlich super einfach. Ich schreibe natürlich nicht jedes Mal, wenn ich das brauche, ja das Datum rein, sondern ich nehme einfach eine Funktion, die sich heute nennt. Also gebe ich ein Gleichheitszeichen ein, gefolgt vom Funktionsnamen, heute, Klammer auf, Klammer zu und um euch erstmal zu zeigen, was dabei rauskommt, drücke ich einfach mal Enter. Ich drücke Enter und ihr seht, wir haben heute den 01.01.2016. Bei euch steht wahrscheinlich schon was anderes, aber das ist das heutige Datum. Und um jetzt hier die Differenz in Tagen zu berechnen, ist das super einfach. Ich klicke nochmal rein und nach den Klammern geben wir einfach ein Minus ein, klicken dann auf die Zelle, wo das Datum drin steht. Also diese hier. Die Koordinaten werden eingetragen, A1 und der Wert wird ja dann ausgelesen, also das Datum wird ausgelesen. Ja, und die Differenz wird ganz einfach berechnet. Ich drücke einmal Enter und ihr bekommt jetzt hier so eine merkwürdige Datumszahl raus. Aber wenn ich jetzt hier reinklicke, dann können wir zum Beispiel einmal hier draufklicken. Das heißt, das wird jetzt in eine Zahl konvertiert. Das ist so eine Art, das was ihr hier seht, so die interne Datumsnummerierung und das als Datum halt ausgegeben. Aber wenn wir jetzt hier draufklicken, dann seht ihr, bekommen wir 310,00. Wer die Kommastellen nicht haben will, kann jetzt hier drüber zum Beispiel ja die Nachkommastellen wegnehmen. Und ihr seht, wir bekommen hier 310 raus. Oder das Ganze mit der rechten Maustaste hier bei Zellen formatieren. Wenn das mal irgendwann kommt, dann können wir hier direkt Null eintragen bei Formatcode. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das markiere, eine Null eintrage und OK klicke, dann kommt das gleiche dabei raus, als wenn ich hier ein paar Mal das Minusymbol klicke. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, der ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich freue mich wieder, wie immer, über einen Daumen hoch. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials dann wieder sehe. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.